In diesem Video geht es um die besten Schlagschrauber. Der Qualitätssieger in unserem Schlagschrauber-Test geht an den Makita DTW300. Der Makita DTW300 Akkuschlagschrauber besitzt einen kraftvollen bürstenlosen Motor. Eines der Highlights des Schlagschraubers ist das Anzugsdrehmoment von 330 Nanometer. Dank der vier Modi für verschiedenen Schlagkraftstufen ist ein materialgerechtes Arbeiten problemlos möglich. Des Weiteren besitzt der Schlagschrauber drei Schraubmodis, so ist ein Lösen von Schrauben ohne diese unnötig zu beschädigen kein Problem mehr. Das LED-Arbeitslicht mit Nachglimmfunktion ermöglicht eine gute Beleuchtung und erleichtert somit das Arbeiten bei schlechteren Sichtverhältnissen. Der Sprengring garantiert eine schnelle und sichere Aufnahme von Werkzeugen. Darüber hinaus verfügt der Makita DTW300 über einen tiefen Entladeschutz. Dadurch schaltet die Maschine automatisch ab, wenn der Akku fast leer ist. Dank des Gürtelclips der sowohl rechts als auch links montierbar ist, ist der Schlagschrauber schnell und sicher am Gürtel befestigt. Der Makita DTW300 ist perfekt für Arbeiten die ein hohes Anzugsdrehmoment erfordern, dank der Kompatibilität zu den 18 Volt Akkus aus dem Hause Makita ist ein großes Spektrum an Zubehör vorhanden. Makita ist ein führender Hersteller für Elektrowerkzeugen, der schon seit Jahren das Vertrauen von Kunden gewonnen hat und ist weltweit bekannt für das hohe Qualitätsniveau bei der Verarbeitung von Werkzeugen. Den besten Preis findest du direkt unten in der Videobeschreibung. Die Alternative ist der Hychica Schlagschrauber. Der elektrische Schlagschrauber hat ein Drehmoment bis zu 350 Nanometer. Das starke Drehmoment kann leicht jede Radmutter lösen und kann auch für Bauprojekte, die Wartung schwerer Geräte oder großer Maschinen verwendet werden. Die Aufprallfrequenz kann 30 00 IPM erreichen und die Geschwindigkeit kann 2000 Umdrehungen pro Minute erreichen. Mit einem Drehmoment von 350 Nanometer können Muttern, Schrauben oder große Radschrauben leicht gelöst werden. Es hat auch ein blasgeformtes Box mit hohr Dichte zur Aufbewahrung und ein robustes Außengehäuse bietet perfekten Schutz für den Schlagschrauber. Die 4000 mAh Lithium-Batterie mit großer Kapazität bietet dem Schlagschrauber mehr Leistung für eine längere Lebensdauer. Mit dem 4A Schnellladegerät dauert es nur eine Stunde, um den Schlagschrauber vollständig aufzuladen. Mit LED-Beleuchtung kann der Arbeitsbereich im Dunkeln optimal beleuchtet werden. Die gängigste Größe sind 17, 19 und 21 mm, was sich sehr gut zum Einbau von Rädern und zum Entfernen von Aluminiumfelgen eignet. Das 13 mm Spannfutter passt für die meisten Schraubengrößen. Es ist auch mit einem Adapter ausgestattet, der für ein 10 mm Spannfutter geeignet ist. Bieten Sie mehr Auswahlmöglichkeiten für Ihre Arbeit. Der Preis-Leistung-Sieger in dem Schlagschrauber-Test ist der HZ9012N. Der Profi-Druckluft-Schlagschrauber 9012M von HZ ist mit nur 92 mm sehr kurz und ideal für Arbeiten in beengten Räumen. Dank seiner kompakten Bauweise ist der Schlagschrauber sehr vielseitig einsetzbar sowohl in Industrie als auch im Privatbereich. Der 9012M verfügt über einen 12,5 mm Vierkantantrieb und ist 1,24 kg leicht bestens geeignet für dauerhaftes langes Arbeiten ohne müde Arme zu bekommen. Für den Betrieb dieses Schlagschraubers wird ein Druck von 6,3 bar und ein Schlauch mit mindestens 10 mm Durchmesser benötigt. Der Luftbedarf liegt dabei bei 127 Litern pro Minute. Die Abluftführung läuft praktischerweise durch den Handgriff nach unten. Der Kupplungsstecker mit Nennweite 7,2 für das ein Viertel eines Zolls Luftanschlussgewinde ist im Paket des Druckluftschlagschraubers enthalten. Trotz seiner kleinen Größe macht der 9012M keine Abstriche in Sachen Power. Mit seinem Jumbo Hammer Schlagwerk ist der Druckluftschlagschrauber ein richtiges Kraftpaket. Der Profi Druckluftschlagschrauber 9012M bietet neben seiner Größe und dem Gewicht noch weiteren Komfort, der das Arbeiten erleichtert. Dazu ist der Griff kälteisoliert, damit man das Werkzeug auch bei kälteren Temperaturen immer noch angenehm anfassen und verwenden kann. Sie können ihren Profi Druckluftschlagschrauber ganz einfach ihren Bedürfnissen und ihrem Bedarf anpassen. Falls dir das Video gefallen hat und du das passende Produkt gefunden hast, würden wir uns um einen Daumen hoch oder auch einem Kommentar freuen.